Meine Damen und Herren, wir haben von dem furchtbaren Anschlag in Mali gehört. Natürlich sind unsere Gedanken zuallererst bei den Soldaten, bei ihren Angehörigen und bei den Helferinnen und Helfern. Das ist ein furchtbarer Anschlag, der nochmal die Gefährlichkeit der Auslandseinsätze der Bundeswehr zeigt. Wir sind der Auffassung, dass die nächsten Abgeordneten des Deutschen Bundestages sehr grundsätzlich und sehr prinzipiell über die Einsätze der deutschen Soldaten nachdenken und neu entscheiden sollten.